Wenn du glaubst, ich lese unser neues Berger Buch falsch gedacht. Das ist unsere Berger Mini-Solaranlage FlexTech. Mit bis zu 15 Watt kannst du da technische Geräte per USB laden. An allen vier Ecken sind Ösen angebracht. Damit kannst du die Solaranlage zum Beispiel an den Rucksack hängen oder an das Zelt. Und damit bist du perfekt ausgestattet für Fahrradtouren, längere Wanderungen, Campen, Festivals. Dein Handy ist nie wieder unerwartet leer.